Dies ist eine Information der Stadt Bern. Tipps für die Aare Die Aare fließt durch die Stadt Bern. Man kann in der Aare schwimmen und darauf auch Gummiboot fahren. Es gibt einige Regeln und Dinge, die beim Schwimmen und Gummiboot fahren in und auf der Aare beachtet werden müssen, damit es Spaß macht und nicht gefährlich wird. Die Stadt Bern setzt sich dafür ein, dass Badende und Gummiboot Fahrende auf der Aare sicher unterwegs sind. Verhaltensregeln Immer wieder kommt es zu brenzligen bis gefährlichen Situationen, weil wichtige Verhaltensregeln im, am und auf dem Wasser nicht eingehalten werden. Ohne auf den Spaßfaktor verzichten zu müssen, können viele Unfälle oder beinahe Unfälle verhindert werden, wenn Schwimmerinnen, Bötler und Badegäste diese Regeln beachten. Fluss- und Baderegeln Die Fluss- und Baderegeln, welche seit Jahren durch die Schweizerische Lebensrettungsgesellschaft SLRG verbreitet werden, zeigen auf, wie man sich beim Baden und Schlauchboot fahren richtig verhält. Fluss- und Baderegeln Flussregeln Flussregeln Schlauchbootfahrer müssen mit einer Rettungsweste ausgerüstet sein. Die auf dem Boot angegebene Nutzlast darf nicht überschritten werden. Boote nicht zusammenbinden, sie sind nicht mehr manövrierfähig. Unbekannte Flussabschnitte müssen vor der Fahrt zuerst erkundet werden. In freie Gewässer, Flüsse, Weiher und Seen wagen sich nur gute und geübte Schwimmer. Unterkühlung kann zu Muskelkrampf führen. Je kälter das Wasser, umso kürzer der Aufenthalt im Wasser. Baderegeln Kinder nur begleitet ans Wasser lassen. Kleine Kinder in Griffnähe beaufsichtigen. Nie alkoholisiert oder unter Drogen ins Wasser. Nie mit vollem oder ganz leerem Magen schwimmen. Nie überhitzt ins Wasser springen. Der Körper braucht Anpassungszeit. Nicht in Trübe oder unbekannte Gewässer springen. Unbekanntes kann Gefahren bergen. Luftmatratzen und Schwimmhilfen gehören nicht ins tiefe Wasser. Sie bieten keine Sicherheit. Lange Strecken nie allein schwimmen. Auch der besttrainierte Körper kann eine Schwäche erleiden. Die Fluss- und Baderegeln sind auch auf der Website der Stadt Bern zu finden. Sie finden den Link unterhalb des Videos. Die Verhaltensregeln gibt es auch für fremdsprachige Badegäste in verschiedenen Sprachen. Der Flyer für Badegäste aus den Durchgangszentren in der Region Bern, siehe Link. Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch, Tigrinja, Somali, Türkisch, Tamil, Däri und Arabisch. Die SLRG Flussregeln, siehe Link. Deutsch, Arabisch, Englisch, Portugiesisch, Serbo-Kroatisch, Somalisch, Tamilisch und Tigrinja. Die SLRG-Bade-Regeln, siehe Link. Deutsch, Arabisch, Englisch, Portugiesisch, Serbo-Kroatisch, Somalisch, Tamilisch, Tigrinja und Farsi. Deutsch, Icher Link. Untertitelung des ZDF für funk, 2017